Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs rausgehen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Geht raus, ging raus, ist rausgegangen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich gehe raus. Du gehst raus. Er geht raus. Wir gehen raus. Ihr geht raus. Sie gehen raus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich ging raus. Du gingst raus. Er ging raus. Wir gingen raus. Ihr ging raus. Sie gingen raus. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin rausgegangen. Du bist rausgegangen. Er ist rausgegangen. Wir sind rausgegangen. Ihr seid rausgegangen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich gehe raus. Du gehst raus. Er gehe raus. Wir gehen raus. Ihr geht raus. Sie gehen raus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich ginge raus. Du gingest raus. Er ginge raus. Wir gingen raus. Ihr ginget raus. Sie gingen raus. Den Schluss macht der Imperativ. Gehe raus du. Gehen raus wir. Geht raus ihr. Gehen raus sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb rausgehen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.